so leute wir haben den kurzen twister mit drei mann noch mal neu zusammengebaut und haben da wirklich mit aller gewalt eine feder unter spannung reingebracht die ja wir haben es mit drei mann gemacht und jetzt wollen wir mal gucken was das ding hat also der muss über 130 definitiv haben der sausa schwer ist wie so ein knüppel und wir ziehen jetzt einfach mal hintereinander durch nur die erste wir gucken mal und los nicht machbar jetzt kommt der ostdeutsche meister im kreuz ihm das ist unglaublich und das dicke monster hier sehr stark die jugend forscht hau rein komm noch mal ich habe mir richtig was zusammengebaut durch und jetzt mehr aufs dort an die kopf und an die los gib ihm los letztes Stück und nochmal Feuer los komm Leute da faulen euch die Hände ab da kommt euch die Spucke aus der Fresse raus boah schönes Gerät wenn ihr wählen könntest zwischen einem Twister und einer Frau, nehmt den Twister ich guck mal am geilsten ist und dann schneide ich es ein bisschen zusammen